Jetzt ist tatsächlich der Moment gekommen, wo meine Ehre als Let's Player auf dem Spiel steht. Ja, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der Outlast spielt, aber auch mich wird es mal erwischen. Ich habe mir die beste Zeit des Tages ausgesucht, das ist Original, 23 Uhr. Ich werde das Spiel wohl über Mitternacht spielen. Beste Voraussetzung für Outlast. Ich versuche das Intro jetzt zu bringen, dann weiß ich, dass es anfangen muss. It's a me, Beard Bro. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Können wir nicht da in die Berge fahren und Snowboard fahren oder so? Müssen wir hier hin? Wir wünschen dir vorher, was ich... ... Oh Gott, ernsthaft? Ich muss jetzt aber nicht die ganze Zeit mit dieser Kamera rumlaufen. Oh, das ist ja noch schlimmer. Oh, ne. Dicker, steig ein, fahr wieder zurück. Oh, du müsstest eine ganz dumme Idee, was wir ja machen. Ne, oder? Muss das echt so losgehen? Oh, scheiße, ey. Oh, diese Hand. Das erschreckt mich nur von meiner eigenen Hand, Mann. Okay. Gibt es hier irgendwas Wichtiges? Außer ein komisches Bild. Was zur Hölle war das? Und wo kommt eigentlich dieses Blut her? Ach, ja, das ist, äh, hm. Will ich da jetzt rein? Ja. Oh, ne, muss ich da? Ah, ich muss da rein. Das Spiel ist nichts für mich, ey. Das will sich jetzt schon. Oh, wie ist das? Oh, man muss hier denn jede scheiß Tür zu sein, echt. Oh, fuck! Oh, leck mich doch. Oh, fuck! Ey. Boah, ich will da nicht hin. Was zur Hölle? Oh, muss das sein? Muss das sein? Warte. Alter. Warum hat er keinen Kopf? Okay. Okay. Okay, ich habe es verstanden. Was ist das? Alter, was soll ich machen? Bla 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 Da 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 da, eine Toilette voller Blut und ein Arm der aus der Toilette rausschaut Sehr geil Und ich hab keine fucking Batterie mehr, wo ist der Typ der grad hier rum stand, das ist doch alles beschissen Oh man mach mich nicht fertig ey, mach mich nicht fertig Pfff Muss ich weitermachen eigentlich? Geil Mir kann nichts passieren Was zur Hölle? Geil